Ja, damit willkommen. Und es geht hier auch sofort weiter, nachdem ich hier die kleine Aufnahmepause gemacht habe. Schließen wir hier nochmal ein paar Leute ab und zerstören nun mal den Panzerwagen. Den da. Und bumm. Zweitwaffe, alles klar. Einer noch übrig. Ja, den kriegen wir auch hin. Drücken wir nochmal hier die 5. Und dann wollen wir mal. Boom. Hier drüben neu formieren. Hier drüben neu formieren. Alles klar. Äh, denn, äh... Wollen wir mal da... Rüber. Ja, versuche ich gerade. Wow. Vielleicht hätte ich mal nicht loslaufen sollen. Alles noch super hier. Ach, das ist mein Kumpel hier. Sichern Sie mit Ihrem Druck den Burger Town. Wir bringen Raptor dorthin. Diese Position wurde entdeckt. Ja. Alle anderen zuhören. Gerne. Wir bewegen Raptor sobald wie möglich. Am Nordeingang vom Nameslammle. Wir müssen hier unbedingt hörst, bevor die noch einen Angriff starten. Alles klar, warte. Wo müssen wir jetzt hin? Moment, da. Burger Town. Hey Kumpel. Alter. Ist gut hier. Ja, Jungs. Könnt ihr auch mal ein bisschen mithelfen? Ja. Eins. Zwei. Drei. Los, los, los. Oh, das war meiner. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Mach ich gerade. Läuft, oder? Mach doch Platz da. Ich habe es zum Kühlraum im Burger Town geschafft. Raptor ist drinnen und sicher. Verbündeter Konvoi in Bewegung. Verbündeter Konvoi, da schalten wir doch mal. Ja, so, äh. Wie fühlst du? Halte die Russen auf. Hunter 2, 1, Hunter 4 hat feinlichen Truppern. Mach Platz. Meiner. So, mir ist. Keine Gesichter. Todesfeuerung benutzen, um Wasser zu schützen. Ja, geht los. Moment, ich muss nur kurz nachladen. So. Gerne doch. Ah. Was? Alter. Moment, machen wir nochmal. Moment. Weiß ich doch. Ja, gerne. Ich schieße gerne weiter. Das mache ich immer wieder und so. Ja, so muss das sein, ne? Ich verschanze mich hier und schieße hier nochmal ein paar Mal mit der Drohne. Ja. Hunter 2, 1, Hunter 4 hat heiligen Trupp bei der Novartangstelle gesichtet. Over. Ja, klar. Moment. Äh, kriegen wir hin. Ehm, hat unsere Predator ausgescheintet. Predator offline. Wiederhole. Predator offline. From Iris. Da sind noch mehr Thomas da. Hat das glaube ich jetzt nicht. Meine schöne Predator. Ihr Säcke. So, tschüss. Kack Raketenwerfer. Spocko. Alles selber machen. Bestätigt, Overlord. Team, Helikopter aushalten. Los. Hier habe ich einen Raketenwerfer. Team, ich habe eine Single-Rakete aus dem Restaurant im Westen gesehen. Ja. Dann würde ich... Alter. Dann würde ich mal sagen, hin da, ne? Ich laufe mal, Jungs. Ich weiß nicht, was ihr in der Zeit macht. Wow. Moment. Wow. Puh. Aufs Dach. Wie komme ich nicht aufs Dach? Moment. Ich laufe mir hier hinten rum. Ach so. Alles klar. Gute Arbeit. Der Helikopter ist hin. Ja, dann kann es ja weitergehen, ne? Hunter 2, 1. Achtung. Mehr als 15 Feinde nähern sich ihrer Position von Norden. Over. Ach, Mann. Ich habe hier immer noch keinen. Hunter 2, 1. Meldung von Guleik. So. Moment. Feindlicher Kampfhubsrauber nähert sich. Over. Da. Feindlicher Kampfhubsrauber nähert sich. Schon wieder? Oh, Mann. Ja, habe ich eine Stinger? Ne. Ja, auf die Feinde schieße ich, Minion. Wenn du mir dabei im Weg stehst, ich bräuchte auch mal eine neue Waffe im Moment. So, eine mal mit ein bisschen mehr Bums. Nichts falsches Ziel. Oh, Mann. Na, kacke die. Moment, ich werfe hier nochmal eine Rauchgranate. Boah. So, Moment hier. Ja. Ich laufe mal. Ja. Bestimmt. Ja, ich laufe mal rüber. Warte mal. So. Ja. 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 Und dann tauschen wir mal eben das Scharfschützengewehr. Wo ist er denn? Boom. Weg damit. Und aufnehmen. Jetzt. Habe ich noch. Alles klar. Gut, äh, denn. Ich baller hier nochmal ein bisschen. Ja, ich gehe schon mal vor. Ja, ich bin nicht unterwegs. Moment. Ja, ich bin doch schon lange auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, wo ihr bleibt. Ich laufe ja schon. Ich glaube ja schon so schnell ich kann. Wollte nicht hinten sitzen. Oh, Mann. So viele waren wir. Ist ja unglaublich. Oh, ich bin ne Eule. Ich kann mich einmal ganz rumdrehen. Oh. Ist ja krass. Royal mit Käse. Leider sind alle Leitungen in Kontakt zu mir. Bitte versuchen wir jetzt zu schauen. Ich erreiche niemanden. Der Krieg hat in den Vereinigten Staaten einzugehalten. Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rojas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. Das Hornnissenest. Tag 4, 16 und 19. Ja, und schon wieder sind wir in Rio. Ah, eine G-18. Ich unterstütze dich, ja. Das ist auch kein Problem. Shit, nachladen. Mal dieses Nachladen.